Hallo, weiter geht's bei Skyrim. Vivenalo wird gleich nach zum Verkriegen. Na, ich spiele offline, nicht online. So. Äh... Das möchte ich hier nicht antun. So, dann soll ich mal um die kümmern. Oh, ich schaue dir mal am besten zu hier. Na, machst du auch was? Hm. Wir haben keine Chance. Wir tun dich! Ja. Ich bin gerade etwas... ...überrascht. So viele Leute hier. Ähm... Das ist nicht... Boah, ich habe gerade überlegt, was die alles hier wollen. Ähm... So viele Kämpfer... ...und Wölfe... Ah, ich soll bei den Otterblutsaugen. Meine Güte. Ihr habt mich gerettet. Ja. Habt vielen Dank. Immer gerne... ...was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch hier rauszukommen, versprochen. Na ja. Ich brauche eure Hilfe nicht. Und wo sind eure... Wo sind die Bücher? Die... Die Bücher? Oh, verstehe. Ich dachte... Nun, ich dachte, ihr seid vielleicht wegen mir hier. Ach ja, die Bücher. Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Aha. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Da schaffe ich alleine. Also, wenn ihr euch da so sicher seid... Ja. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Lasst bitte auf euch auf. Und danke. Ich spiele doch nicht Kindermädchen für die Leute hier. Ähm. Ey, endlich gibt's auch mal was zu futtern. Wir haben endlich mal Essen da. Gibt's hier auch noch was zu knabbern? Da. Cool. Endlich. Darauf habe ich ja schon lange gewartet. Ähm. Aufschließen. Aufschließen. Ja, wie ein Dietrich-Mangel. So. Na, endlich. Hat doch geklappt. Gibt's hier auch was zu knabbern? äh, ne, den wollte ich eigentlich mitnehmen aber hier gibt es irgendwie was Geldbeutel, Wein manchmal spinnt er hier ein bisschen ähm, na, hat sich eigentlich nicht gelohnt hier rein zu gehen hm, das ist der Code-Eimer der Pipi-Eimer und der hat ne Windel angehabt, der hat ja kein Eimer ok, da war mal lang genug jetzt hier gewesen, speichern weiter geht das hm, da ist was Weintrauben oder was ähnliches warte kurz, ich guck erstmal, ob hier noch irgendwas ist nö äh, speichern äh, speichern ihr hättet nie herkommen sollen ähm, du stehst mir voll nicht sollen die beiden mal wieder machen hier achso, ich hab, ist ja die Heilung kann ich jetzt hier noch irgendwie was, äh, mithelfen Feuerblitz eventuell ok, ich muss damit erstmal noch ein bisschen besser klarkommen äh, ich seh nicht mehr, wo bin ich denn? oh Gott, ich hab grad ja nicht mehr geklärt, ich war blind der kämpft immer noch grav weiter na gut, der will nicht sterben so dann der Feuerblitz auf der Seite hier drüben aber ich werd mal lieber gehen hier weil die sind ja doch ganz schön stark oh, die kämpfen gegen einen Lehrling und der Lehrlinge ist trotzdem so heftig ist ja krass was sind denn dann die Meister? wenn das ein Lehrling ist möchte ich mal gerne wissen, was ein Meister ist wo ist denn der andere hier? da ist er weil die haben ganz schön viel Zeug dabei äh, Legende Käse nehme ich auch mit Käse nehme ich auch mit Kräuter auch Bionado hat gesagt, Kräuter sind immer gut okay ähm, ja ach, hier oben sind auch noch Bücher deswegen das war ein bisschen verwirrend ich frage mich bloß, wer die ganzen Bücher geschrieben hat also die müssen echt eine große Druckerei haben ich hab ja noch keine gesehen das ist ein kleiner Kerker okay, mit Ausstellungsplatz ist auch nicht weit ah, so eine Art Schussanlage das soll mal jemand wissen äh, Kuhfleisch, Kartoffeln das sind auch große Kartoffeln ich hab heute übrigens auch Kartoffeln geerntet auf meinem Balkon meine ersten Kartoffeln komplett in Verstand verloren ich verstehe nur noch der was ähm, das ist der schon Lehrling, wa? ähm, was ist denn da? so, ich geh mal zurück hier sollen die mal schön machen ja, ich geh mal lieber zurück sicher ist sicher ne, da könnt ihr auch nicht mehr helfen, oh Gott da ist Hauptfungweiz verloren Schluss oh Gott, so viele Skelette und die haben alles noch die haben alles noch dabei wo haben die denn ihre Rosentaschen? und das ganze Gold, was ich hier mitnehme damit könnte ich echt die ganze Stadt bauen für mich zu sagen das ist eine großeÖ die